Basti nicht aus. Nö, keine Lust jetzt. Abgehoben. Nö, einfach nö. Die anderen dürfen nicht wissen, dass er in der Runde ist. Ja. Dieht man ja auch nicht, ne? Der einzige, der nicht nicht ist. SK ist auch noch. Der ist cool matt. Cool matt, Alter. Alles klar. Freak ist schon dabei in keinem Team. Er hat nicht Lust in Rot zu spielen. Ach, scheiße. Warte, jetzt komm ich ja automatisch. Jetzt schnell, schnell, schnell. Go, go, go. Selbe Taktik. Warte, einen Moment. Diesmal Ansage gemacht. Außer der Premiermannsage. 3, 2, 1. Jo Leute, YouTuber Battle. Nächste Runde oder so irgendwas. Mit dabei sind Basti, Zock, CreakSafe und Ari. Hallo. 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 Ich mag Züge. Bett zu bauen, Bett zu bauen. Schnell, 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 schnell. Lass mal den Weg hier bauen, damit die nicht direkt am Bett sind. So. Ja, ja. Es ist gar nicht mal so dumm, ey. Wir haben die besten Ideas. Ja, da ist einer runtergefallen. Was? Die Frage ist, die Frage ist, haben wir die gewonnen? Die bauen sich einfach auf der anderen Seite rüber. Also ich glaube, hier gibt es keine Mitte. Das heißt, wir können uns auch direkt eigentlich hoch- und rüberbauen. Ja, ja. So einen Rush-Taktik machen. Hier gibt es auch keine Mitte. Und probieren halt, uns in das Bett zu holen. Oh, die bauen sich direkt hoch? Ja, ich baue mich auch direkt hoch. Ja, wir müssen einfach genug hoch sein, weil sonst springen die auf uns runter und dann haben wir gar keine Chance. Wo ist eigentlich unser Bett? Arne, das habe ich ja vorhin zugebaut. Unser Bett ist gerade... Wo ist eigentlich unser Bett? Jo Leute. Hans ist da. Guten Morgen. Wir sind viel zu spät hochgegangen, glaube ich. Also ich mache eine Kiste, wo ich das Gold reinlehe, damit wir das diesmal ein bisschen zusammen haben. Weil die sind viel höher als wir. Oder wir machen jetzt Leiter-Taktik. Ich weiß nicht, ob entgegenbauen so gut ist, Basti. Ich... Okay. Also SK baut sich da schon drüber. Hallo? Hast du noch Dröcke? Nee, habe ich nicht. Gönn mal weiter. Mach ich mal ein bisschen weiter. Warte, geh mal noch höher. SK chillt ein bisschen. Oh, wo. Ups. Sorry. Oh, was? Oh, was? Ich bin aus Versehen ein bisschen zur Seite gesprungen. Du hast mich so erschreckt, ey. Was läuft bei euch? Oh, warte. Hau, hau, hau. 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 Okay, Pat baut sich zu mir. Kick weg, kick weg. Ja, hau. Fuck. Scheiße. Da ist einer runtergefallen. Er hat mich weggepinkt. Voll der Pinkfell. Vorsicht, es kommt jemand. Hexer. Oh, oh. Hexer, alter. Mega die Hex an. Oh, warte. Warte, warte, ich kann einen Bogen machen. Pass auf, Pat, äh, Pat fastbutscht. Tschüss. Ohne Ende. Hast du ihn runtergekickt? Oh nein, ich habe ihn auf den... Ja, habe ich. Ich habe einen Bogen. Ich habe direkt einen Bogen gekauft. Okay, nice. Dann jetzt mal rüber zu denen, habe ich gehört. Du musst jetzt aber aufpassen, das heißt... Hast du eine Spitzhacke, Ari? Ja, aber nur eine schlechte. Also ich nehme an, die haben auch einen Bogen. Denke ich jetzt aber mal. Glaubst du? Gucken wir mal. Also die haben... Also theoretisch können sie auch schon einen haben. Ach du, ich glaube nicht. Die gibt das nicht. Ja, ich habe Pat runtergekickt schon mal. Aber wir müssen einfach schneller bei denen drüben sein, als... Die bei uns. Als die bei uns, genau. Das ist die ganz einfache Taktik hier. Der hat Minecraft-Skilled. Wir haben einen Kuchen gebaut. Nice. Willst du jetzt einen Keks? Ja. Also ich denke, die sind jetzt gleich wieder hier. Ja, deswegen. Warte mal. Wieder raus auf den Weg. Oh, ich glaube da oben chillt irgendwer, ne? Wer ist das? Also ich bin hier oben. Ach so, du bist das. Hä? Ich schieße mir den Bogen. Okay. Aber Benni probiert hier rüber zu kommen. Und ich... Nein, was? Bist du down? Ja, das war so schlecht. Ach, hat dich jemand runtergekriegt? Hat er dich runtergeboten? Ja, die haben natürlich auch... Die haben auch einen Bogen. Ach, wie sagst du den... Du musst dich da natürlich auch ein bisschen safer gebauen, als so wie du es getan hast. Pass auf, Ari. Okay, unser Weg wird abgebaut. Okay, das war sehr schlecht. Ja, das war so ein bisschen mein Feld. Das war wieder klar, dass sie unseren Weg abbauen. Warte. Bau ganz schnell. Ich baue runter. Ein Gold ist da in der Kiste. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Gold hätte. Dass sie uns hier nicht mehr treffen können. Achtung, Achtung, Achtung. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt von oben. Von oben. Ja, nice, hab ihn. Versucht ihn mal runter zu schießen. Oben, da ist jemand mit dem Bogen. Das Problem ist nur, die sind alle mit dem Bogen da. Und ich hab die... Pass auf! Alter, habt ihr das gesehen? Der baut sich ein anderer hier gerade direkt über unsere Base. Ja, ja. Wir haben ein Gold. Hat sonst noch jemanden gebrochen? Ich hab eins, ich hab eins hier. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir haben drei Gold. Uns fehlt ein Gold für den Bogen. Da sind, glaube ich... Alter, jetzt teilen sie sich auf. Achtung, Achtung, der kommt. Halb, halb. So, pass auf jetzt. Jawohl, er ist gestoppt. Jawohl, und er ist vorbeigesprungen. Wir haben immer noch den Bogen. Wir haben immer noch den Bogen. Sonst läuft der oder? Nice Hacks, ey. Okay, da, 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 da. Hier, viertes Gold. Irgendwer soll sich einen Bogen machen. Ich mach das nicht mehr. Ich kann das leider nicht. Ich kann es leider nicht. Bin nicht gut mit einem Bogen. Wer ist denn gut mit einem Bogen, Basti? Ich könnte es versuchen. Warte, aber... Oh, fuck. Irgendwer muss den da mal wegschießen. Ja, drop. Ist das Gold drin? Wo ist es? Das Gold ist da in der Kiste, in der anderen. Ah, da, in der anderen. Rechts, genau. Pass auf, der nächste kommt schon wieder. Oh, man. Er hat mich gleich. Pass auf. Ich kann jetzt nicht. Benni, komm da. Ich hab Lowlife. Wieso haben die alle einen Bogen, Alter? Ist das denn ernst? Ja, Hauptner, Hauptner Bo spammt einem. Also, tot. Fuck. Nein. Verdammte Scheiße nochmal. Alter, das hätte ich, das hätte ich 100%. Alter, nein. Nein, nein, nein. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich kann keinen Bogen machen. Der schießt auf mich. Runterkicken, runterkicken, runterkicken. Töten, 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 runterkicken. Nein. Der hat mich, der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ball ist. Alles. Kann mal jemand da eine Schutzmauer hinbauen, dass ich mir einen Bogen kaufen kann? Die schießen auf mich. Ich lenke ab. Die schießen auf mich. Ich kann keinen Bogen kaufen. Oh, 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 oh. Oh, da ist SK, da ist SK. Ich bin da. MNT Co-App-Ding jetzt gemacht. Haut ihn raus. Ich kann nicht. Verdammt. Da ist er, da ist er. Pass auf, er ist fast da. Oh, nein. Oh, scheiße. Ich muss mir jetzt einen Bogen kaufen. Ich kann mir keinen Bogen kaufen. Die töten mich, wenn ich hinzugehe zum Händler. Jetzt gib mir das Gold, gib mir das Gold und ich bring dir den Bogen raus. Okay, okay, okay. Hier, nur den Pfeil. Ich brauch nur den Pfeil, den Bogen hab ich. Und, äh, bring mir was zu essen mit. Jawohl. Ja, sorry. Danke. So, und den Pfeil. So, gut. Wär ich rausgegangen, wäre das Zeug weg. Ja, das wäre nicht so gut. Das hab ich schon verkackt. Am Anfang. Hat sonst irgendwer Gold? Okay, so. Ich hab mir hier noch zwei Gold. Wie viel haben wir? Insgesamt. Ich schieß gleich, ähm, auf Hauptner. Okay, Crafting Pad ist auch hier oben. Ja. Habt ihr hoffentlich gesehen? Ja, kickt ihm am besten runter. Achso, er kommt. Er hat's überlebt, oder? Ja. Oh, scheiße. Er ist weg. Ah, gar nicht. Ich bin gestorben beim... ...und ihn zu töten. Au! Ey, sag mal. Warte, wo ist das Gold? Wo ist das Gold? Da. Ich, ich kauf mir jetzt auch einen Bogen. Okay. Wow. Okay, mach das. Alter! Wir werden jetzt halt gerade einfach zugebost spammed. Ja. Also gebost spammed halt, aber mit dem Bogen zugeschossen. Ohne Witz. Nein, was? Alter, wie hat er mich denn getötet? Nein, nein, ich bin mit dem Bogen gestorben, dumm halt. Scheiße. Ich hab vergessen... Achtung, da kommt von oben. SK kommt. Ich hab's ja auch geschafft. Ja, er ist gestorben, er ist gestorben. Alter! Die spammen einfach rein. Ja, jetzt spammen die... Also wirklich, jetzt ist es richtig Bospam-Action, Alter. Jetzt spammen die aber 100%. Und zu uns dann, ja, lass mal 20 Minuten Bospam machen. In der letzten Runde. Ja, alles klar. Läuft bei euch. So. So krass haben wir jetzt nicht gespammt, ey. Wie die das tun. Das stimmt. Guck dir mal einfach, wie viele Feinde da hängen. Alter. Oh Gott. Das ist ja echt krass. Ähm. Ich glaube, ich hier mal ein bisschen... Wir müssen die einfach zerstören. SK kommt schon wieder, glaube ich. Ey, uns! Die treffen einfach alles. Ja. Die haben die Hex an, ey. Wir haben fast keine andere Möglichkeit. Das ist einfach hier zu warten, bis irgendwie wir uns befreien können. Richtig. An sich müssten wir uns eigentlich einbauen, damit wir auch nicht ständig auch das Bronze verlieren und so. Ich kann echt nichts machen gerade, ne? Das ist echt wie spawnden. Dann stehen sie alle vier da hinten. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir uns jetzt hier einkampieren, dass die nicht unser Bett zerstören, weil wir es nicht mitkriegen. Ich glaube, ich habe eine Runde. Ist einer runtergefallen? Ne. Das wirst du jetzt ja sehen, wenn du eine Deathmatches-Message kriegst. Ne, kommt keiner. Also ich bin vorne bei... Achtung, da ist einer, da ist einer. Pass auf, schick im Bett. SK, der kommt von oben. Scheiße, er ist im Bettraum. Ja, ich war da, nice. Jawohl, zubauen wieder, warte, warte, warte. Ja, gut. Pass auf. Oha. Haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Oh Gott. Wieder zubauen. Alter, Benni. Schafe, 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 geht aus dem Bett. Oha. Alter. Keine Chance. Was, 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 da ist noch jemand. Ach, was? Benni, nein, Benni rennt, äh, Hauptner, 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 rennt weg, Hauptner, rennt weg. Aber Schafe. Wenn Hauptner stirbt, haben wir, glaube ich, jeden Mal getötet. Oh Gott. Das ist gut. Nein, Hauptner, Hauptner lebt, Hauptner lebt, da, er rennt weg, er rennt weg, Hauptner rennt weg. Fuck. Alter, warum steht unser Bett noch? Wo ist ein Hauptner? Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Oh, Hauptner ist gestorben, Hauptner ist gestorben. Nein, nein. Jawohl, jeder tot, ey. Ich glaube, jeder ist jetzt einmal gestorben. Pass auf, Benni kommt schon wieder, Benni kommt schon wieder, Benni kommt schon wieder. Achtung, 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 Achtung. Ich brauche ein Gold, hat irgendwer ein Gold, dann könnte ich mir einen Bogen machen. Ich habe keinen Gold. Hast du keine Spitzhacke, er legt Benni gerade, oder ich lege? Die Hauptner und Benni lecken, glaube ich, beide ein bisschen. Ich glaube, Benni ist weg. Ja, Benni ist tot, Benni ist runtergefallen. Ja, Benni und Hauptner kommen aber aus dem selben Land, ne? Selbstloch. Dann kann es aber mal gleich lecken. Die haben bestimmt denselben Anbieter. Okay, ich habe jetzt einen Bogen. Da. Die bringen wieder Schafe, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Pat kommt? Pat kommt? Es geht, es geht, es geht. Pat kommt. Ja, ich habe. Pat kommt auch noch. Boah. Pat, pass auf, scharf, 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 über. Raus hier, raus hier, raus hier. Blau, scharf, blau, scharf. Oh, ja, 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 ja. Raus hier, raus hier, raus hier. Da ist die Vlogs, die Vlogs vom Bett weg, Vlogs vom Bett weg. Ich lachs weg. Vlogs weg, nimmst hier mit hoch. Okay, Pat, 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 Pat. Ja, nice. Okay, sehr gut. Was, ich bin gerade hier vorne, ich sehe Pat nicht mehr. Okay, okay, okay. Ist Pat eventuell abgehauen? Weiß ich nicht. Scheiße, ey. Ich versuche da mal irgendwie durchzukommen. Nein, Hauptner ist wieder am Stand. Mitten im Bogen. Scheiße, die Wand und andere. Pass ich, Pasti? Ja. Unser Hauptner und Benni legen beide so ein bisschen durch die Gegend. Okay, ich habe ihn einmal getroffen, Hauptner. Hauptner hat einen Bogen. Okay, da oben sind Pat und Hauptner. Ja, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Plötzlich sind es wieder zwei. Pat kommt wieder. Ja? Ach, verdammt, ich kann Hauptner leider nicht mehr. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Boah, hier ist Web, hier ist auch Code Web wieder drauf. Die müssen wir eventuell von oben entfernen. Ja, das stimmt. Ja, Hauptner leckt. Alles klar. Das ist doch Ping Play hier. Lang ist auch Ping Play. Pass auf, Basti. Ja? Ich komme jetzt mal ein bisschen offen zu denen rüber, damit die nicht mehr merken, dass du da bist. Mach mal. Ich baue unter denen den Boden weg. Dann fallen sie runter. Ah, da bräuchte ich eine Spitztarke, verdammt. Ja, ich habe Hauptner gekillt. Ja, ich habe Hauptner gekillt. Ja, ich habe Hauptner gekillt. Hab SK? Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir, wollen wir mal angreifen. Vielleicht schaffen wir das. Ja, ich gehe mal rüber. Ich bin fast drüben. Also ich lauf gerade rüber. Pat kommt. Ich hoffe, den kann ich gleich mal ein bisschen runterkicken. Ach nee, ich spring einfach über den. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Bogen habe. Oh nein. Oh Gott, der hat richtig ge... Okay, ich bin tot. Hehehe. Ich glaube nicht. Ne. Ich hab Hauptner gerade gekillt. Oh Gott. Pat hat sich gerade richtig schön gesaved. Ich habe es gesehen. Das war krass. Well played. Auf jeden Fall. Also das war ja nicht schlecht. Muss man sagen. Muss man hier auch mal eingestehen. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir echt... Also keine Ahnung. Hehehe. SK kommt. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt dein Bett richtig nice zerstören würden. Oha. Oh scheiße. Ist hier überhaupt noch jemand bei uns? Ja, also ich bleibe ein bisschen zurück. Oh nein, nein, nein. Warte, warte. Ich komme, ich komme. Wow, shit. Okay. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Pass auf. SK kommt. SK hinter dir. Oh Gott. Oh Gott. Nice. Okay. Pass auf. Wer kommt da noch? Ich hab mir... Oha. Nice. Okay, jetzt komm. Ich komm. Ich komm. Lass rüber, oder? Hat Hauptner einen Bogen? Komm, schieß mich auf den Bogen her. Schon wieder. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Ein Herz. Von wo schießt der denn? Ach, von da. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Fuck. Hä? Aber ich habe überlebt. Alter, du hast mich gerade so erschreckt. Ich habe gedacht, der sieht mich nicht, aber der ist natürlich nicht behindert. Der hat doch... Das ist einfach wieder... Es ist so ein richtig spannendes Brett, was du erlebt hast. Diese COD-Youtubers immer, ey. Richtig schlimm. Immer nur am Camp. Wenn wir noch ein Gold haben, dann haben wir auch wieder einen Bogen. So. Ein Gold, du kannst ja einen Bogen kaufen. Ja, ich hab schon einen Bogen. Ich hab's in die Kiste genommen. Okay, gut, okay, gut. So, ich geh nochmal Hauptnah ein bisschen abfacken. So. Der einfach ablenken ein bisschen. Halt so, ja, ne? So leicht, damit der... Am besten lässt man sich killen, ohne runterzufallen. Weil dann ist man schneller wieder bei denen. Ich hab gerade drei Pfeile auf Hauptnah getroffen. Das ist gut. Und wir lenken Hauptnah währenddessen ein bisschen ab, dass der auf uns schießt. Und nicht mehr auf dich. Weil er Angst hat. Pass auf. Hab jetzt auch einen Bogen. Hab auch einen Bogen. Ich glaub Hauptnah hat nicht mehr viel Leben. Autsch. Oha, ey. Boah, ich hab Pat. Ich hab Pat. Nice, yes. Hä, ist der runtergefahren? Ah, gut. Ja, ich hab ihn runtergeschossen. Einfach Hauptnah, Hauptnah müssen wir direkt abschießen, wenn er hochkommt immer. Ja. Weil der kann nicht mehr viel Leben haben. Ich hab ihn nämlich nicht schlecht getroffen. Aber ich hab ihm selber auch nicht mehr so viel Leben. Alter! Alter, die... Der ist übel gut. Bo... Jaja, die haben richtig das Aim. Das liegt einfach an. Ich sag da an... COD. An COD. Irgendwie, ich hab immer das Gefühl, die sind auch... Also das ist wirklich... Das muss man ja mal sagen. Die sind wirklich nicht schlecht. Sind auch nicht scheiße. Also die können... Oh man. Die können schon was. Ich hab fast kein Leben mehr. Ich muss jetzt grad ein bisschen hacken. So, ich bin bei denen. Okay, Hauptnah ist da oben. Hä? Ich hab ihn getroffen. Ich kam von hinten. Ich kam von hinten. Ich kam von hinten. Jawoll. Nice. Nice. Nice one. Nice. Sie haben uns... Sie haben mich einfach nicht bemerkt. Alter. Krass. Boah, richtig nice. Ey, die standen da beide so richtig... Oh, da unten steht noch einer. Da unten steht noch einer. Wer ist das? Ich hab mir kurz einen Heiltank gefaut. Scheiße. Oh, wer... Ja, ich hab Benni... Benni, ich hab ihn runtergeschossen. Hab ihn runtergeschossen. Pet kommt. Ich hab ihn runtergeschossen. Ich hab ihn runtergeschossen. Ich probier ein bisschen offensiver zu gehen mit meinem Bogen. Weil wir haben ja im schlimmsten Fall... Haben wir noch einen Bogen. Ja, ja. Ich bin in der Base. Ich bin in der Base. Wir müssten auch ein Gold noch, dann haben wir noch einen Bogen. Also so schlimm ist nicht. Da liegt ein Gold. Ja, jetzt haben wir noch einen Bogen. Aber ich probier... Oh, da oben ist einer. Da oben ist einer. Um die mal richtig da... In die Schranken zu weisen. Oh. Wieder getroffen. Pet ist da. Und er hat... Wow. Der hat überlebt. Er ist da unten. Da. Ich hab ihn getötet. Wow. Nice. Sehr gut. Da ist einer runterge... Jawoll. Das war grad richtig gut. Das will ich... Ey, wenn die das hochladen, das will ich unbedingt sehen. Diese Stelle, wo... Wie Benni rumschreit oder so. Äh, 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 äh. Nicht Benni, sondern... Hauptnah. Hauptnah, genau. Mist, hat der Name entfallen, ey. Wenn man ein bisschen behindert. Puh. Wir haben 5... 5 Gold. Ey, wir warten mal auf den größeren... Warte, auf den größeren Bogen. Das ist nur Pet, der hat eh nichts. Ja, ja. Jetzt auf den größeren Bogen warten. Das ist schlauer, wenn wir warten. Ähm, soll ich mit dir in der Base bleiben? Oder ich... Ich... Ich pass einfach auf der Base. In der Base auch. Also wir sind sehr offensiv. Pet ist der Einzige, der gerade zu uns kommt. Versucht mal nicht zu sterben. Okay. Ich weiß grad nicht, ob der Peit, von wo ich ihn abschieße. Weil er läuft mir grad voll... Ah, er läuft immer so zurück. Ähm, ich baue währenddessen unser Bett mit Endstone noch mehr zu. Oder soll ich mit Kisten zubauen? Sie haben wieder einen Bogen. Sie haben einen Bogen. Ja, ich komm... Ich komm hier nicht durch. Ich baue mal ein paar Kisten auf unser Dach oben drauf vom Bett. Ich kann das hier höchstens safer bauen. Wer hat einen Bogen? Pet hat einen Bogen? Nein, Pet nicht. Ich weiß nicht. Okay, ich bin auch da. Ich weiß was. Oh scheiße, Alter. Kommt hier? Pass auf, SK und Pet kommen ohne Equipment. Also einfach draufballern. Die müssten recht schnell sterben. Die haben nämlich alle kein Equipment. Mehr da richtig so. Oh ja, da kommt einer. Oh oh, Hauptner hat einen Bogen. Hauptner kommt mit Bogen. Pet ist runtergefallen. Einer kommt immer mit Equipment. Pass auf. Lass sie nicht killen. SK ist da oben. Also Hauptner ist Bogen. Oh fuck. Hauptner hat wieder einen Bogen. Warte, gib mal ein bisschen Dings damit. Gib mal ein paar Blöcke, wenn du welche überhast. Ich hab selber keine mehr. Scheiße. Ich fahr die ganze Zeit ab, um wieder zu bekommen welche. Hab SK getroffen. Danke. Pass auf, der schießt. Ich bin da oben. Ich hab zugebaut. Ich hab zugebaut. Ja. Ja, ich bin oben, aber die haben ihre Scheiße hier so kacke gebaut. Ach kacke. Ich hätt den fast runtergekickt. Habt ihr noch die Bögen? Oh scheiße, er weiß, dass ich hier bin. Oh Gott. Hast du noch deinen Bogen, Killer? Nein, nein, nein. Ich hab nur eine Spitzhacke. Verdammt, dann hab nur noch ich den Bogen. Kaputt. Wuh. Also bist du gestorben? Ich bin vorhin mal gestorben, aber das ist schon länger her. Wir haben sonst noch immer noch Gold für den zweiten Bogen. Ja. Noch ein. Alter, nein, die bauen sich. Die bauen sich. Packst du da Gold? Warte. Nimm mal einen 7er Bogen. Gib mal das Gold her. Warte. Ich gönne mir meinen kurzen 7er Bogen. Pass auf, dass du nicht weggespampt wirst jetzt. Oh, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Ich muss essen, ich muss essen. Achtung, die kommen von oben, von oben, von oben. Hat noch jemand ein Gold? Ein Gold. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Scheiße. Nice. Komm, 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 komm. Stellt euch rein. Nein, 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 nein. Schade, 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 schade. Nein. Das darf nicht wahr sein. Ich hab gehofft. Nein. Scheiße. Ich hab gedacht, das gewinnen wir. Wir hätten es echt nicht gewinnt. Oh, schade. 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 Basti, bist du noch am Leben? Ja. Ja, pscht. Sonst hören die uns. Pass ich was. Pass auf, Basti. Jemand kommt hoch. Oh shit. Oh shit. Sind die alle drüben? Nein, Benni kommt. Oh, bitte, bitte. Aber du hast einen Bogen. Du kannst Benni aber zubo spammen. Ja. Pass auf, Benni hat auch einen Bogen in der Hand. Pass auf. Pass auf die. Von hinten, von hinten. Wow, ah, was? Nein, der hat einen Homepowder genommen. Nein. Shit. Was soll ich machen? Nein. Nein, Basti, Mensch. Was soll ich machen? Oh nein. GG. GG. Nein, ey. Man muss sagen, wir haben uns gut geschlagen. Ja. Das war aber auch eine gute Runde, ey. Nice. Da kann man auf jeden Fall schön was zusammenschneiden. Ja. Ja. Wenn's euch gefallen hat, Däubchen und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Schaut bei den anderen vorbei. Tschüss. Tschüss.